Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es heute um ein Viererpack smarte Glühbirnen mit E27er Fassung. Für alle, die schon immer mal ihre Lampenschirme smart machen wollten, seid hier definitiv gespannt, denn dieser Deal könnte was für euch sein. Vier smarte Glühbirnen mit RGB-Funktion, heißt auch farbig schaltbar. Standardmäßig zum Preis von 57 Euro im Set erhältlich gibt es heute für 30 Euro. Günstiger, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie vier smarte Glühbirnen gesehen. Deswegen schlagt hier zu, wenn ihr genau auf der Suche nach solchen Glühbirnen seid. Was sie natürlich können, gucken wir uns gleich einmal an. Der Link zum Deal ist allerdings jetzt schon in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details und bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Die smarten Glühbirnen von Tekkin. Eine lange Geschichte. Smarte Glühbirnen bringt Tekkin ja schon länger auf den Markt und das wirklich in immer einer gewohnt sehr soliden Qualität. Was mich besonders begeistert bei diesen Glühbirnen ist einfach die Verarbeitung und tatsächlich, das ist wirklich schwierig zu sagen bei Glühbirnen, aber die Optik. Die Glühbirnen sind einfach insgesamt sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Man kann das nicht anders sagen. Das spiegelt sich nicht nur in der Optik wieder tatsächlich, sondern auch nachher im Praxistest. Wenn ihr die Glühbirnen anschaltet, dann merkt ihr einfach unfassbar, was ihr hier dran habt. Es ist sehr, sehr groß, auch vom Unterschied teilweise zu anderen günstigen Herstellern. Hier ist wirklich der Leuchtkörper perfekt geformt. Ihr habt dadurch eine sehr, sehr schöne Lichtabstrahlung und das Ding wird vor allen Dingen nicht heiß, was auch nochmal für die Technik im Inneren spricht. Ich persönlich finde, die Glühbirnen lassen sich dann auch sehr, sehr einfach in die App einspielen. Ganz großes Lob an Tekkin an der Stelle. Ihr habt gar keine Probleme, wenn ihr die Glühbirnen einmal in der Smart Life App konfiguriert habt und vor allen Dingen, dass die Smart Life App sowieso schon als Grundlage hierzu dient, ist auch schon wieder ein ganz großes Lob wert. Man muss ganz klar sagen, Smart Life meiner Meinung nach die beste Plattform für günstige Smart Home Geräte, um mehrere Anbieter einfach in einer App zusammenzufassen und nicht wirklich hinter drei oder vier Anwender-Apps hinterher zu laufen. Hier habt ihr tatsächlich den sehr großen Vorteil, alles mit Smart Life auch perfekt kalibrieren zu können, inklusive Leuchtkreis, Helligkeitsstufe und selbstverständlich Zeitprogramm lässt sich alles in Smart Life abbilden. Auch ein weiterer Vorteil von Smart Life in diesem Zusammenhang ist natürlich der Skill. Der ist grundsolide und für den Amazon Echo oder Google Home perfekt geeignet. Hier könnt ihr ohne Probleme dann auch eure Lampen selbstverständlich via Sprache steuern und das macht dann richtig viel Spaß. Für die Lampen selber benötigt ihr keinen Hub, das sind reine WLAN-Lampen, das heißt auch für Anfänger sehr gut geeignet und einfach für jeden, der jetzt nicht unbedingt auf der Suche ist nach einem Smart Lightning System mit Zigbee Standard, sondern hier tatsächlich solitär einfach nur ein paar Standard Lampenschirme einmal smart machen möchte. Farbwiedergabe finde ich gut, gefällt mir sehr gut, ist grundsolide für diese Glühbirne und vor allen Dingen auch das Leuchtspektrum ist absolut vernünftig, muss man sagen. 800 Lumen bieten die Glühbirnen und dafür hat man schon ordentliches Licht. Natürlich sind sie auch langlebig. Ich persönlich habe sie schon längere Zeit jetzt im Einsatz und muss wirklich sagen, ich vermisse nichts, machen ihren Job und sind vor allen Dingen jetzt nicht irgendwie nach zwei, drei Wochen so, dass man sagt, okay, die reagieren nur noch sehr sporadisch, sondern die sind wirklich solide. Ich habe sie euch übrigens auch schon in einem der Twitch-Giveaways einmal verschenkt und habe bisher auch nur positives Feedback bekommen. Von daher vielen Dank, wenn ihr die Dinger im Einsatz habt, gerne einfach euer Feedback auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer davon zu hören, ob die Dinger auch bei euch so gut funktionieren. Natürlich gerne, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, seid hier nur definitiv schnell. Link, wie gesagt, zum Deal ist in der Infobox, denn anstelle von 57 für 30 Euro ist extrem günstig. Könnt mir nur vorstellen, dass sie relativ schnell ausverkauft sind, deswegen nutzt das definitiv aus. Wenn ihr natürlich Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare bei Telegram reinschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da und sehr gerne die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.